Wir haben uns geschafft, tarnt euch und versucht ungesehen in die Burg zu kommen, also das werden wir nicht schaffen. Getarnt im Gewand eines armen Wallfahrers naht ihr die Wachen und schlüpft in die Stadt. Versucht die Schenke und nehmt einen Spaziergang durch die Straßen. Okay, hui, also, machen wir kurz. So, weiter geht's, noch kurz den Spion suchen. Das leckt ein bisschen, sorry. Muss zuerst wieder geladen werden. So, da ist es wahrscheinlich irgendwo ein bisschen versteckt. Das ist ein Händler, der hat nichts. Hier ist auch nichts. Ich habe einen Mantel an. Die Hunde sind am Austicken. So, also hier wahrscheinlich nicht das. Das ist der Redenmeister. Und diese ist der Waffenschmied. Dann ist er wohl hier, hoffentlich. Irgendwo geht's, glaube ich, gar nicht weiter. Hier kann man nicht rein. Ja, toll. Ähm, Pferdehändler. Da muss er doch innen sein. Außer sterben hier. Wieso findet man die so schlecht? Gefängniswoche. Wer ist hier angesperrt? Niemand, okay. Aber außerhalb ist er doch nicht. Ah, vielleicht muss man mit anderen reden. Freund, Ding, was mit Freund? Der Freund deines Freundes. Schon gut. Schon gut. Also eine Städtlerin ist es wahrscheinlich nicht. Okay. Der da. Was ist das für ein Geschwätz? Nix. Ist auch kein Geschwätz. Was sag ich ja noch. Nur keine Panik. Ah dann, das Fliehen ist dann wieder schlimm. Erda. Haben mit dem schon geredet. Vielleicht die da. Warte, einfach mal den. Nein. Hm. Ja, so finden wir den nie. Da. Aber mein Freund, der Freund deines Freundes wird nie ein Freund wie mich haben. König Jarolek hat mich zu abholen, neue Berichte geschickt. Habt ihr sie bei euch? Ich habe euch erwartet. Hier sind sie sorgt dafür, dass sie König Jarolek intakt und ohne Verzögerung erreichen. Lebt wohl. Okay, es war eine sie. Nicht schlecht. Da ist ein Menschenjäger. Da ist der andere. Den muss man jetzt irgendwie ausweichen können. Ich hoffe, wir sind nicht zu schnell. Doch. Ja, er muss natürlich auch noch ein bisschen weg. Ah, gut. Jetzt dachte ich schon, er reicht uns. Ja, Drowa wurde uns entdeckt. Handelsabkommen unterzeichnet. Königswadien und Königreich Vagir haben ein Handelsabkommen unterzeichnet. Ah, schön. Waffen steht dann beendet. Der Waffenstand zwischen Königreich Svadien und Nordkönigreich ist also Kraft getreten. Der Waffenstand zwischen Königreich Svadien und Königreich Svadien und Nordkönigreich ist also Kraft getreten. Der Waffenstand zwischen Königreich und Königreich Rotog ist also Kraft getreten. Der Waffenstand zwischen Königreich und Zorandysche Sultanat ist also Kraft getreten. Okay, viel passiert. Ja, was wollt ihr? Ihr wollt doch uns nicht kitzeln, oder? Ich mag kitzeln nicht. Okay, es wird leicht sein. Nicht mal anseelig. Okay, wir haben schon ein paar Truppen mit Pferden, also könnten wir eigentlich jetzt einem das Pferd wiedergeben. Ich glaube es war irgendwas mit F. Fähigier, glaube ich, oder so. Was macht ihr? Nicht verlieren. Greif doch meinen an. Ah. Jetzt haut er ab. Hahaha. Nein, nicht ein Kergyblein, klar. Ja. Nein, bitte nicht. Nee, ich glaube. Rape. Nein, nicht. Barmher kam. Ich weiß nicht. Ichsuch mich! Helft doch mir. Ah, ihr Idioten. Ihr seid so Idioten. Ihre KI. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Greift an. Ah, ich habe wahrscheinlich umgestellt. Das geht doch nicht. Das ist kaputt. Okay, nur ein Verlust. 39, krass. 40. 19. 17. 12. 22. Widerstand 0. 0. 0. 0. Okay, gut. Sonst haben wir nichts mehr. Puh. Mein Fürst habt ihr Nisar während des letzten Gefechts gesehen. Er verspottet die gefallenen Feinde, wie sie zerschlagen und hilflos da auf dem Schlachtfeld liegen. Verhöhnt ihr Herkunft und ihre Torheit, sich mit uns angelegt zu haben. Mein Fürst, solche Überheblichkeiten wird der Himmel nicht dulden. Und ich fürchte, wir werden alle den Preis zahlen müssen. Sagt nicht so, dass ich euch in dieser Sache unterstütze und dass er seine Zunge hüten soll. Ja, das wollen wir nicht wissen. Wir sind rechts schaffende Leute. Und Leute, die solches Zeugs, basis Zeugs nicht machen. Und wir haben wieder eine Nachricht bekommen, dass eine Burg oder so eingenommen wurde. Irgendwo. Oder ist er einfach von einem, also hat er es einfach übernommen. Burg Erkelion. Zerendier. Haben wir die hier irgendwo Zerendier? Nein, also dann gab es nur einen Austausch irgendwie. Okay, wir gehen weiter. Nein, danke. Ah, die haben Angst vor uns. So, wir müssen nach Ray Batin. Von Kura, wo ist dein feindlicher Trupp. Aha, nein, Marschall hat es gegeben. Ich gehe jetzt einfach hier hinein. Der Boyar Ralka. Aufgabe. Nein. Ja, Pech. Aber ich kann doch das nicht machen. Ich kann doch das nicht machen. Wo soll ich jetzt diese Leute herkriegen? Kurab. Schauen wir mal. Okay. Krieg zu blühen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Leiden. Und der, wo der geht, das ist jetzt nicht gut. Schauen wir mal. Schauen wir mal.